Guten Morgen aus der koreanischen Hauptstadt Seoul. Wir fahren gleich nach Gyeongbukong. Das ist ein riesiger Palast mitten in der Stadt und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Auf dem Weg ins koreanische Dorf haben wir jetzt nochmal bei Starbucks angehalten. Wir sitzen jetzt hier im Restaurant mit unserer Pizzatafel und wir kriegen kostenlose Pizza. Während wir auf unser Essen warten. So, zurück im Hostel. Es ist jetzt 18 Uhr. Wir haben eben die Daten für unseren Rückflug bekommen übermorgen. Und wir checken den Flug jetzt gleich noch ein. Dann gehen wir nochmal was essen, denke ich. Und dann war es das auch schon mit dem Tag. Warte, mach dann so Cut und dann fertig mit Einchecken. Wir gehen jetzt noch zu Taco Bell, was kleines Essen. Die Frau konnte ja mal gar kein Englisch. Geil, willkommen auf dem Dach unseres Hostels. Guten Morgen vom Fuße des Nam Sun Mountains. Wir wollen heute einmal auf den Nam Sun Mountain rauf gehen, um uns da den Nam Sun Tower anzugucken. Und dann werden wir nachher noch so eine kleine Fahrradtour machen, glaube ich, am Han River entlang. Viel Spaß! Musik 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 So, wir sind bereit fürs Fahrrad fahren. Oh, Luca mit Pink im Fahrrad. Pink? So, los geht's! Ah, oh, oh, oh! Wow! Boah, diese Stadt ist so riesig. Weiter geht's. Bitter, Bitter, Bitter. Die Kamera zurück, Fahrrad fahren, macht hungrig. Die Koffer sind gepackt, die Haare sind nass und damit, was ist das für ein Satz? Damit ein letztes Mal guten Morgen aus Korea. Auf geht's jetzt nach Enshun zum Flughafen. Die letzte Stunde auf koreanischem Boden beginnt. Oh, ich freu mich so oft zu Hause, aber jetzt erst mal Security Check. Und mit dem fliegen wir dann gleich zurück nach Frankfurt. Das letzte Mal auf koreanischem Boden, ab geht's jetzt nach Frankfurt. Auf geht's. 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 Das war's für heute. Outro Outro Outro